Wer perfekt sein will, muss vor allem perfektionieren, seine Geheimnisse zu verbergen. Wäre es damals anders gelaufen, dann wären du und ich jetzt noch zusammen. Keiner weiß es. Nur du und ich. Du bist nicht zurückgekehrt, um mich zu treffen, sondern um zu verhindern, dass ich es erfahre. Das Problem ist allerdings, dass die dunkelsten Geheimnisse... Der Typ, den ich suche, hat mit fünf Frauen geschlafen und sie alle geschwingert. ...niemals sterben. Haben Sie den Unfall gesehen? Dieser Mann hat das Weite gesucht. Wieso hat er das gemacht? Sie sollte schweigen. Bei Alice ist ihm das gelungen. Sagen Sie mir, was los ist. Wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde ich sie verlegen lassen. Bevor Mathilde die ganze Wahrheit über ihre Mutter erfährt, müssen wir sie darauf vorbereiten. Sie liegen still und leise auf der Lauer. Du hast großes Glück gehabt, aber das Glück ist oft ein unsteter Begleiter. Wir sorgen dafür, dass er für seine Taten bezahlt. Und warten auf den perfekten Moment, um sich zu rächen. Dann fragen Sie mir, was das auch passiert. Dann kommt ein weiter. Wir schauen uns. Ich hab mehrere Gäste. Wir wissen, was das ist eine sehr schöne Schere. Wir kommen, was das DolMach. Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen. Untertitelung des ZDF, 2020